warte wie einfach körper kräfe körper wie mache ich körper und einfach dreimal dem einander Dann machst du so komisches Ach, warte mal, dann muss ich doch Also wir haben auch noch Copper Cable Mit schwarz Oh ja, ich glaube, das reicht nicht ganz Das hier Copper Cable Ach, warte mal hier Rubber Bar Rubber Rubber Bar brauchst du auch Warte mal Äh, muss man uns mal Unten Mal Ja genau, das Copper Cable brauch ich Sechs Stück davon Ja, gut Dann Mach ich dir kurz Alles klar Copper ist genügend In der Natur drin Ich hab auch grad rausgenommen Mach's einfach Oben drei Rubber Unten Drei Rubber Mitte Drei Copper Okay Dann mach ich erst Ähm, Extractor, oder? Jupp Okay Dafür brauch ich auch Ja, das ist ein Stück Ja Drei oben Redstone Und es ist Ah, okay Jawohl Ich verstehe Ich verstehe Ach, Eisen Eisen Oh ja Elektric Circuit Iron Circuit Und Wild Wilber Rhein Okay, jetzt brauchen wir nur noch so Tweet Tab Ja, die Dann geht's los Hab ich dir gestern schon gesagt, wie wir gehen Ja Hier mal Ach, guck dir das an Jetzt ist schön warm hier drin Ja Warte mal, jetzt muss ich überlegen So Ja, Bernhard Alles klar Billy Ah ne, ich hatte's grad Ja Schau Du bist ein feiner Ja Ja Nein, nicht raus Komm rein Na komm Äh, das hier Die Maschine Da oben Und was macht die Maschine dann? Mehr Rubber oder was? Ich glaub wir brauchen Wo soll ich den hinstellen? Warte mal Mehr Platz Oder Ich stell den erstmal nirgends hin Oder ins Eck Okay, ach wir brauchen Ein extra Werkzeug, gell Um die dann wieder abzubauen Ja, weiß ich gar nicht Ich muss mal kurz schauen Mensch Ähm Extractor Warten Warten Wahrscheinlich auch irgendwas mit Was das mit Energie versorgt Okay Zentrifugen Extractor Ja Achso, ja, okay Da können wir später was drüber reden Okay Okay Spector Oh, nee Braucht man gar nicht Wir können eigentlich Ähm 4 Dinger reinmachen Batterien Wo? In den Extractor Da muss man eigentlich auch mit Okay, soll ich welche Ich mach mal ein paar Batterien Drei Stück Wie viel Können wir rein? Ja, einer Eine geht's glaub immer rein Aber die Batterie müssen wir halt auch laden Ja Ja Warten wir, da können wir so ein Badpack machen Wie das heißt Solar können wir noch nicht machen, gell Ich muss gucken Ich meine, aber ich weiß nicht Okay Äh, kann man den Kann man den auch nochmal reinmachen? Jetzt kommt das anderes raus Hier Mal ausprobieren Hier Okay Äh Äh Nochmal gucken 4 2 2 2 2 2 4 Copy Cable Jawohl Ah, jetzt hat er eine Batterie Okay, nice Ich tu die mal hier zu den Wertsachen rein Warte, ich mach nur mal eine oder zwei oder drei Am besten Noob 2G noch Okay Rubber Oh, die müssen wir auch laden Haben wir ja gesagt Ja Wir könnten Können wir das auch nicht Also Äh Energiegewinnung wie? Also Was kann man da alles machen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Es gibt Wind Einmal mit Solar Aber dann Wind Müssen wir ja Müssen wir dann nochmal irgendwas geben Oder nicht? Es gibt Wind Es gibt Wasser Okay Windmühle Lava gibt es auch Und einen Generator Ich mach mal einen Generator Ja, mach mal das Und damit können wir dann Ja, wir stellen die Einfachste version Punkt Ja, ist es auch Wir brauchen einen Furnace Generator Generator So Noch Eisen Mal nach unserem kleinen Unser kleinen Farm Diesmal Oh, er sieht ja wunderbar aus Ja, schon Nice Oh Häuschen Alles rein Da draußen wird es PQ schon wieder Getreide Uhre Auch mal Batterie So Reiseilben Ich habe noch Rohstoffe Crafting Und Generator Und jetzt Wind.